Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zur Vorlesung Internationales und Europäisches Zivilprozessrecht. Wir wollen uns heute in Einheit 4 der internationalen Zuständigkeit zuwenden. Wir hatten ja in den einführenden Einheiten gesehen, dass wir verschiedene Bereiche im internationalen Zivilprozessrecht abarbeiten wollen. Das internationale Zuständigkeitsrecht ist sozusagen der größte Teil, den wir uns vornehmen. Und heute wollen wir uns einmal die Grundlagen der internationalen Zuständigkeit anschauen. Das ist also ganz grundlegend jetzt und ganz egal, in welchem Rechtsakt sie sind. Wir haben die Grundlagen, die grundlegenden Prinzipien sind eigentlich in allen Bereichen anwendbar. Bevor wir einsteigen, würde ich aber interessehalber doch gerne nochmal wissen, ob hier auch unter den Zuhörern Studierende sind, die nicht in Bonn eingeschrieben sind. Nicht, weil ich sie gerne rausschmeißen würde, sondern ganz einfach nur interessehalber würde ich gerne wissen, auch wie viele Prüfungen mich erwarten und wie viel Reichweite der Stream denn hat. Also wenn Sie nicht aus Bonn sind, dann schreiben Sie das gerne im Chat. Es wird Ihnen kein Rauswurf drohen. Das würde mich sehr interessieren. Gut, dann starten wir vielleicht gleich durch mit dem, was wir heute vorhaben, nämlich den Grundlagen der internationalen Zuständigkeit. Wir wollen anfangen mit einigen Begrifflichkeiten, die wir uns, die sozusagen das internationale Zivilprozessrecht generell bestimmen. Das ist erstens der Begriff, einer der wichtigeren Begriffe oder der wichtigsten Begriffe ist der Begriff der Kognitionsbefugnis. Was meinen wir mit Kognitionsbefugnis? Kognitionsbefugnis ist letztlich die Rechtsmacht des Gerichts über einen Fall zu entscheiden. Das betrifft jetzt nicht speziell die internationale Zuständigkeit, aber es ist ganz generell die Rechtsmacht eines Gerichts über einen Fall zu entscheiden. Ganz einfach kann es sich beziehen auf die internationale Zuständigkeit, aber genauso auf die örtliche oder auch auf die sachliche Zuständigkeit. Oder eben auch Rechtswegzuständigkeiten. All das fällt unter den Begriff der Kognitionsbefugnis. Und die Staaten sind grundsätzlich im Rahmen ihrer Gerichtsgewalt frei, die Kognitionsbefugnis den einzelnen Gerichten zuzuweisen. Das heißt, Staaten können selber entscheiden darüber, welches Gericht über welchen Sachverhalt entscheiden kann. Also welchem Gericht es Rechtsmacht erteilt oder der Staat, welchem Gericht Rechtsmacht erteilt wird, um gewisse Sachverhalte abzuurteilen. Oder Staaten können natürlich auch gleichzeitig davon absehen, gewisse Rechtsmacht in einem Bereich auszuüben. Das heißt, man muss nicht zwingend im Rahmen der Gerichtsgewalt die Rechtsmacht den Gerichten zuweisen über einen gewissen Fall zu entscheiden. Da sind die Staaten im Rahmen natürlich ihrer eigenen Rechtssysteme frei darüber zu entscheiden. Das heißt, die Festlegung der internationalen Zuständigkeit obliegt jedem einzelnen Staat. Das heißt, der deutsche Staat, also die Bundesrepublik Deutschland, kann frei darüber entscheiden, wem es die internationale Zuständigkeit zuweist. Welchem Gericht sie internationale Zuständigkeit für die Aburteilung grenzüberschreitender Sachverhalte gibt. Ganz genauso, wie das auch andere Staaten für sich entscheiden können. Das heißt, im Grundsatz ist anders als die Gerichtsgewalt, die ja sozusagen die völkerrechtlichen Rahmenbedingungen gesetzt hat, für die Ausübung von Herrschaftsmacht durch einen Staat. Anders als in diesem Fall legt jeder einzelne Staat für sich selbst autonom fest, in welchen Bereichen er internationale Zuständigkeit ausüben möchte oder nicht. Das stimmt natürlich so, wie ich es jetzt gesagt habe, nur begrenzt. Warum denn? Was könnten Sie sich vorstellen? In welchem Bereich hat vielleicht der einzelne Staat nicht mehr so sehr zu entscheiden? Vielleicht gibt es da andere Institutionen, die über die internationale Zuständigkeit entscheiden. In welchem Herrschaftsgebilde könnte das denn sein? Welche Institution könnte hier dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, sozusagen von dieser Grundregel eine Ausnahme darstellen? Wenn Sie an die Einbettung der Einzelstaaten, ja innerhalb, genau Laura unterstrich sagt es, innerhalb der EU, richtig, die Europäische Union hat in gewissen Bereichen natürlich auch Herrschaftsrechte übertragen bekommen. Und in diesen Bereichen, wo sie Herrschaftsrechte übertragen bekommen hat, kann sie natürlich entsprechend auch eigenständige Regelungen erlassen, die dann dem nationalen Recht vorgehen. Das heißt, auch dann, wenn der deutsche Gesetzgeber seine Gerichtsgewalt entsprechend ausgeübt hat und die internationale Zuständigkeit nach gewissen Bestimmungen zugewiesen hat, kann die Europäische Union anders entscheiden in den an sie übertragenen Hoheitsbereichen. Und das werden wir sehen im Rahmen der Betrachtung der internationalen Zuständigkeit, dass das doch teilweise stark divergiert. Auch was beispielsweise das Verständnis von Zuständigkeitsbestimmungen angeht, zum Beispiel Streitgegenstandsbegriffe und so weiter. Das kann auch abweichen. Gut, soviel zur Kognitionsbefugnis. Sie können für sich festhalten, die Kognitionsbefugnis bestimmt oder bedeutet letztlich die Rechtsmacht eines Gerichts, über einen Fall zu entscheiden und der jeweilige Souverän, also der Hoheitsträger, dem das Gericht untersteht, der oder das Teil des Gerichts ist, der entscheidet darüber, ob das Gericht die Rechtsmacht erhält oder nicht. Kommen wir zu weiteren Begrifflichkeiten. Direkte und indirekte Zuständigkeiten gibt es. Was ist die direkte? Was ist die indirekte Zuständigkeit? Bei den direkten Zuständigkeiten geht es letztlich um das Erkenntnisverfahren. Wenn Sie mal aufschlagen, die EuGVVO in den Artikel 4 Absatz 1. Das ist der allgemeine Gerichtsstand des Beklagtenwohnsitzes. Wenn Sie, in James Hausmann ist es als Brüssel 1a-Verordnung benannt, EuGVVO Alternativbegriff. Artikel 4 steht im Kapitel 2 der Brüssel 1a-Verordnung oder EuGVVO und Kapitel 2 behandelt eben die Zuständigkeit. Dann gibt es allgemeine Bestimmungen und den allgemeinen Gerichtsstand des Artikel 4. Dort heißt es, vorbehaltlich der Vorschriften dieser Verordnung sind Personen, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats haben, ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit vor den Gerichten dieses Mitgliedstaats zu verklagen. Das heißt, diese Zuständigkeit, die betrifft eine direkte Zuständigkeit. Warum? Weil direkte Zuständigkeiten immer im Erkenntnisverfahren relevant werden. Das heißt, im Erkenntnisverfahren, also die Entscheidungszuständigkeit für Verfahren, die letztlich über einen Sachverhalt entscheiden, ein Erkenntnisverfahren darstellen. Das kann ein einstweiliges Verfahren sein, kann aber auch sozusagen ein ganz normaler Zivilprozess sein. Im Erkenntnisverfahren spricht man also von direkten Zuständigkeiten und die direkten Zuständigkeiten regeln letztlich, welches Gericht international für einen Sachverhalt, für die Entscheidung eines Sachverhalts zuständig ist. Dann gibt es neben diesen direkten Zuständigkeiten aber noch indirekte Zuständigkeiten. Und die indirekten Zuständigkeiten, die betreffen letztlich nicht die Erkenntnisverfahren, sondern die sind eine Stufe später relevant, nämlich bei der Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen, die aus einem Erkenntnisverfahren hervorgegangen sind. Und jetzt schauen Sie mal kurz in die ZPO, und zwar in dem Paragrafen 328 ZPO. Der befasst sich mit der Anerkennung ausländischer Urteile. Und hier heißt es, die Anerkennung des Urteils eines ausländischen Gerichts ist ausgeschlossen, erstens, wenn die Gerichte des Staates, dem das ausländische Gericht angehört, nach den deutschen Gesetzen nicht zuständig sind. Jetzt werden Sie sagen, was ist das für eine komische Konstruktion, wie ausländisches Gericht nach den deutschen Gesetzen zuständig? Jetzt hat uns der Reuss doch ständig erzählt, dass Staaten Souveränität, Hoheitsgewalt nur auf ihrem Territorium ausüben können. Extra-Territorialität geht halt nicht. Es kann kein deutscher Richter im Ausland tätig werden. Genauso wenig kann der deutsche Staat dem ausländischen Gericht vorschreiben, wann es zuständig ist. Was bedeutet das denn jetzt? Also die Anerkennungszuständigkeit bestimmt kein zuständiges Gericht. Deswegen handelt es sich auch nicht, wie bei den direkten Zuständigkeiten, um eben Zuständigkeitsbestimmungen im Erkenntnisverfahren. Die indirekten Zuständigkeiten betreffen sozusagen die andere Situation. Hier wird nicht gefragt, welches Gericht ist zuständig, um einen Sachverhalt abzuurteilen, sondern hier ist die Frage, ist die ins Land kommende Entscheidung, die ausländische Entscheidung, erkennen wir die hier an? Und für diese Anerkennungsfrage haben wir jetzt in 328 verschiedene Voraussetzungen, Filterstufen, die abgearbeitet werden müssen, damit wir eine ausländische Gerichtsentscheidung im Inland anerkennen. Denn beispielsweise, wenn Sie in die Nummer 4 schauen, 328 Nummer 4, da ist dann die Rede von dem Ordre Publik, also die Anerkennung des Urteils darf nicht zu einem Ergebnis führen, das mit den wesentlichen Grundsätzen des deutschen Rechts offensichtlich unvereinbar ist, insbesondere wenn die Anerkennung mit den Grundrechten unvereinbar ist. Oder die Nummer 5, wenn die Gegenseitigkeit nicht verbirgt ist. All das sind Prüfungspunkte, die Sie abhaken müssen, damit Sie ein ausländisches Urteil anerkennen können. Und die Nummer 1, die betrifft jetzt indirekte Zuständigkeiten. Denn der deutsche Gesetzgeber sagt sich, okay, wir erkennen ein ausländisches Urteil nur dann an, wenn es bei spiegelbildlicher Anwendung der deutschen Zuständigkeitsvorschriften auch zuständig gewesen wäre für die Aburteilung eines Sachverhalts. Das heißt, die eigene nationale Vorstellung von einem direkten Zuständigkeitssystem, das übertragen wir spiegelbildlich auf das ausländische Gericht. Und wenn das ausländische Zuständigkeitssystem dem zufälligerweise entspricht, das heißt, das ausländische Gericht bei spiegelbildlicher Anwendung des nationalen Rechts auch zuständig gewesen wäre, dann erkennen wir das Urteil an. Wenn wir bei spiegelbildlicher Anwendung des nationalen Zuständigkeitsrechts nicht zu einer Zuständigkeit des ausländischen Gerichts kämen, dann ist die Folge nicht, dass wir sozusagen dem ausländischen Richter sagen, naja, du musst aber jetzt trotzdem nach unseren Vorschriften zuständig sein. Nein, aber das bedeutet, dass wir, wenn er eben nicht zuständig wäre nach unseren Vorstellungen, dass wir eben sein Urteil auch nicht anerkennen. Das heißt, wir haben hier einen Sicherheitsmechanismus, über den wir bei der Anerkennung oder auch dann später bei der Vollstreckung gewisse eigene nationale Vorstellungen von Zuständigkeitsgerechtigkeit, also von Begründungen von Gerichtszuständigkeiten auf das ausländische Gericht übertragen. Und wenn sie diesem Maßstab gerecht werden, erkennen wir sie an. Wenn wir sie nicht, wenn sie dem nicht gerecht werden, beispielsweise ein exorbitanter Gerichtsstand vorliegt, der im Inland einfach sozusagen nicht toleriert würde, dann versagen wir ihnen die Anerkennung und verhelfen ihnen damit auch nicht zur Wirksamkeit. Das heißt, wenn wir von indirekter Zuständigkeit sprechen, dann sprechen wir nicht davon, dass wir tatsächlich ein Gericht für zuständig erklären damit, sondern dann prüfen wir sozusagen eine Filterstufe bei der Anerkennung einer ausländischen Entscheidung und prüfen, ist das Gericht, das diese Entscheidung erlassen hat, nach unseren Maßstäben überhaupt ein zuständiges Gericht, auch wenn natürlich das ausländische Gericht ganz andere Zuständigkeitsregelungen eben im eigenen Recht vorfindet. Das heißt, direkte Zuständigkeit betrifft das Erkenntnisverfahren, Zuständigkeit, internationale Zuständigkeit von Gerichten, um einen Sachverhalt abzuurteilen. Die indirekte Zuständigkeit, diesen Begriff, den packen Sie in die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen. Die brauchen wir sozusagen, um zu definieren, ist ein ausländisches Gerichtsurteil, erfüllt das unsere Wertmaßstäbe, damit wir es hier im Inland anerkennen können. Dann gibt es weitere Begrifflichkeiten, nämlich die internationale und die örtliche Zuständigkeit. Wichtig ist, dass Sie festhalten, dass internationale und örtliche Zuständigkeit nicht dasselbe sind, sondern es sind zwei unterschiedliche Prozessvoraussetzungen, die Sie voneinander zu trennen haben. Die internationale Zuständigkeit betrifft die Zuständigkeit eines Gerichts, einen bestimmten Sachverhalt, nicht eines bestimmten konkreten Gerichts, sondern der Gerichte eines Mitgliedstaates in ihrer Gesamtheit einen Fall zu entscheiden. Das heißt, die internationale Zuständigkeit wird lediglich Gerichten eines Staates zugewiesen und die örtliche Zuständigkeit, die betrifft dann tatsächlich ein örtlich zuständiges, ein einzelnes Gericht, das örtlich zuständig wäre oder bei mehreren örtlichen Zuständigkeiten eben weitere Gerichte. Man muss sich das so vorstellen, wenn Sie einen Kläger haben, der eine Klage einreicht, dann wird er sich fragen, welches Gericht ist zuständig und dann wird er erstmal prüfen, was sind denn die internationalen Zuständigkeiten, also welche Gerichte welches Staates oder die Gerichte welches Staates sind zuständig international, um meinen Sachverhalt abzuurteilen. Und dann kann es sein, wie hier in unserer Grafik, dass beispielsweise die Gerichte von Staat A und die Gerichte von Staat B international zuständig sind, aber die Gerichte von Staat C eben nicht. Das heißt, der Kläger kann zu den Gerichten von Staat A gehen und den Gerichten von Staat B gehen und dort seine Klage einreichen. Und nachdem er die internationale Zuständigkeit ermittelt hat, muss er dann in einem zweiten Schritt feststellen, ob auch eine örtliche Zuständigkeit gegeben ist. Das heißt, er muss das örtlich zuständige Gericht finden, das für die Einreichung seiner Klage örtlich zuständig ist. Und das kann beispielsweise im Gericht Staat A das Gericht A und B sein, im Gericht Staat B kann das das Gericht C sein, es kann aber auch sein, dass das Gericht D, das ebenfalls in Staat B sitzt, nicht örtlich zuständig ist und genauso kann es im Staat C sein, dass kein Gericht örtlich zuständig ist. Das heißt, Sie haben sozusagen eine zweistufige Prüfung. Erstens prüfen Sie, welches Gericht ist denn international zuständig und da prüfen Sie nicht die internationale Zuständigkeit eines bestimmten Gerichts. Sie fragen also nicht, ist das Landgericht Bonn international zuständig, sondern Sie fragen sich, sind deutsche Gerichte international zuständig? Wenn Sie das festgestellt haben, prüfen Sie die örtliche Zuständigkeit. Das ist sozusagen dann der zweite Schritt und eine Prozessvoraussetzung, die Sie gesondert von der internationalen Zuständigkeit zu prüfen haben. Und jetzt kann es natürlich sein, wie es in unserem Beispielsfall der Fall ist, die Gerichte des Staates A haben, hier hat sowohl Gericht A als auch Gericht B eine örtliche Zuständigkeit. Das kann ja mal sein, dass das auseinanderfällt. Zwei Gerichte örtlich zuständig sind, besteht eine Wahlmöglichkeit beispielsweise. Und im Gerichtsstadt B ist beispielsweise nur ein Gericht örtlich zuständig, im Gerichtsstadt C gar keins. Jetzt kann es aber auch Situationen geben, in denen beispielsweise eine internationale Zuständigkeit, wie hier im Gerichtsstadt C, verneint wird, also keine internationale Zuständigkeit gegeben ist, aber eine örtliche Zuständigkeit gegeben wäre. Es kann ja sein, dass das nationale Recht eine örtliche Zuständigkeit vorsieht, aber die internationale Zuständigkeit nicht gegeben ist. Sowas ist natürlich selten so eine Konstellation, weil in der Regel ein Staat, wenn er selbst sein Zuständigkeitsrecht bestimmt, sowohl das örtliche, das der örtlichen Zuständigkeit, als auch das der internationalen Zuständigkeit, dann wird er das ja in der Regel aufeinander abstimmen. Das heißt, wenn er eine örtliche Zuständigkeit vorsieht, wird er in der Regel auch eine internationale Zuständigkeit vorsehen. Jetzt gibt es aber Situationen, wie bei uns in der Europäischen Union, wo beispielsweise das Recht der internationalen Zuständigkeit vielleicht von einem anderen Hoheitsträger kommt, nämlich von der Europäischen Union, einheitlich geregelt ist und der nationale Gesetzgeber aber sein eigenes Recht eben nicht entsprechend angepasst hat. Oder beziehungsweise durch die vorrangige Anwendung des europäischen Rechts eben eine internationale Zuständigkeit zu verneinen ist, eine örtliche Zuständigkeit aber besteht. In solchen Fällen geht sozusagen, wenn der Kläger trotzdem eine Klage einreicht, weil er sagt, er hätte eine örtliche Zuständigkeit, dann geht natürlich der Prozess nicht gut für ihn aus, weil die internationale Zuständigkeit genauso wie die örtliche Zuständigkeit Prozessvoraussetzung ist. Und wenn eine Prozessvoraussetzung nicht vorliegt, dann ist eben die Klage unzulässig. Was würden Sie sagen, ist die Prozessvoraussetzung hier durch das Gericht selbst zu prüfen oder muss der Kläger oder der Beklagte den Zuständigkeitsmangel gelten machen? Was würden Sie sagen, ist das vom Gericht selbst zu prüfen oder muss der Kläger vortragen, dass das Gericht zuständig ist beziehungsweise der Beklagte vortragen, dass das Gericht unzuständig ist? Gut, es gibt noch die umgekehrte Konstellation auch noch zu unserer konkreten Sachverhaltskonstellation. Stellen Sie sich vor, wir wären jetzt nicht im Gerichtsstaat C, sondern im Gerichtsstaat B. Wir haben eine internationale Zuständigkeit, aber es fehlt eine örtliche Zuständigkeit. Denken Sie sich also, dass die Zuständigkeit des Gerichts C einfach mal weg. Das heißt, wir würden international zwar zu den Gerichten des Staates B kommen, würden aber dann kein örtliches Gericht als örtlich zuständiges Gericht bestimmen können. Das ist tatsächlich auch vorgekommen im europäischen Unterhaltsrecht. Da hat der Gesetzgeber jetzt nachgebessert. Da brauchte man eine Hilfszuständigkeit, die in der Literatur auch dann über eine analoge Anwendung einer anderen Hilfszuständigkeit bewerkstelligt wurde. Die Gerichte sind dann da drauf gesprungen, haben das angenommen. Aber der Gesetzgeber hat mittlerweile nachgebessert. Es kann tatsächlich sein, dass auch wieder im Zusammenhang mit europäischem und nationalem Recht, dass tatsächlich der Gesetzgeber eine internationale Zuständigkeit vorsieht, aber eine örtliche Zuständigkeit eben nicht entsprechend anpasst. Das heißt, dass das europäische Recht nicht komplett ins nationale Recht transferiert wird. Und da muss eben dann eine Lösung gefunden werden, damit sozusagen auch ein zuständiges Gericht bestimmt werden kann, um nicht zu einer Rechtsschutzverweigerung zu kommen. Gut, jetzt habe ich hier im Chat von Tim Vieten oder Vieten einen Hinweis. Die internationale Zuständigkeit ist von Amts wegen zu prüfen. Richtig. Prozessvoraussetzungen sind von Amts wegen zu prüfen. Die internationale Zuständigkeit natürlich ebenfalls. Also das Gericht muss seine Zuständigkeit prüfen, sowohl die internationale als auch die örtliche. Vollkommen richtig. Deswegen heißt das aber natürlich nicht, dass die Parteien im Einzelfall nicht auch die Unzuständigkeit des Gerichts vortragen sollten, wenn sie tatsächlich gegeben ist. Denn teilweise gerade im grenzüberschreitenden Verkehr kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass die Zuständigkeitsbestimmungen nicht immer ganz eindeutig sind beziehungsweise nicht den Gerichten auch nicht immer klar ist, welche Zuständigkeitsregelungen sie heranzuziehen haben. Das ist beim Zivilrechtsstreitigkeiten, bei allgemeinen Zivilrechtsstreitigkeiten in der Regel nicht problematisch. Aber wenn sie in Bereiche kommen, wo sie sehr viel völkervertragliche Regelungen haben, wo sie also abgrenzen müssen, ist die Europäische Verordnung beispielsweise noch anwendbar oder habe ich einen vorrangigen anderen Rechtsakt, dann kann es durchaus sein, dass der einzelne Richter eben den jeweiligen einschlägigen Rechtsakt nicht kennt. Und da ist es dann immer von Vorteil, wenn die Parteien entsprechendes vortragen. Gut, wir gehen weiter. Also grundsätzlich örtliche und internationale Zuständigkeit voneinander zu unterscheiden. Beides Prozessvoraussetzungen. Sie müssen beides gesondert prüfen. Und das Gericht prüft das Ganze von Amts wegen. Die Prozessrechte der Einzelstaaten regeln die Fragen der internationalen, der örtlichen Zuständigkeit nicht immer einheitlich. Wir haben ja schon gesehen, jetzt gerade bei dieser Grafik, dass wir unter Umständen Inkompatibilitäten haben, wenn der europäische Gesetzgeber eine internationale Zuständigkeit bejaht oder verneint. Und wir dann auf Ebene des nationalen Rechts die örtlichen Zuständigkeiten nicht auf diese internationale Zuständigkeit abgestimmt haben. Genauso kann natürlich auch die Regelung von den einzelnen Staaten untereinander divergieren. Beispielsweise, wenn die Zuständigkeitsbestimmung, die internationale Zuständigkeit nicht im Hoheitsbereich der Europäischen Union vereinheitlicht wird, sondern wenn die Nationalstaaten selbst die Zuständigkeitsregelungen bestimmen. So kann beispielsweise, wenn wir jetzt im deutschen Zivilprozessrecht sind, dann kann es sein, dass die internationale mit der örtlichen Zuständigkeit gleichgeschaltet ist. Aber es kann einen anderen Staat geben, der wieder nur die internationale regelt, die örtliche wieder abweichen und so weiter. Also auch hier gibt es uneinheitliche Regelungen. Aber auch im deutschen Recht oder auch im europäischen Recht gibt es sozusagen nicht kohärente Regelungen, also die nicht immer beide Fragen gleichzeitig regeln. Also es gibt Normen, die regeln lediglich die internationale Zuständigkeit und es gibt Normen, die beides regeln. Und da schauen wir uns jetzt mal ein paar Beispiele an. Nur die internationale Zuständigkeit wird geregelt, beispielsweise im deutschen nationalen, internationalen Zivilverfahrensrecht, muss man sagen. Und zwar in 98 FAMFG. Für internationale Familienverfahren regelt der 98 FAMFG nur die internationale Zuständigkeit. Das interessiert uns nicht, weil das ist ja Verfahrensrecht. Das lassen wir jetzt raus, also internationales Verfahrensrecht. Wir wollen ja nur internationales Zivilprozessrecht machen. Entsprechend regelt der Artikel 4 Absatz 1 europäische EuGVVO. Aber jetzt sind wir im Zivilprozessrecht. Den hatten wir ja schon aufgeschlagen. Der regelt auch nur die internationale Zuständigkeit. Und das Gute jetzt hier bei den Regelungen der EuGVVO ist, dass man durch bloße Lektüre des Gesetzestextes ganz einfach erkennt, ob man nur im Bereich der Regelung der internationalen Zuständigkeit ist oder ob auch die örtliche Zuständigkeit mit geregelt ist. Das heißt, Vorteil für Sie, Sie müssen nichts lernen. Sie müssen nur lesen können. Also das ist ja die Grundvoraussetzung für das Jurastudium, dass Sie lesen können. Und hier zahlt es sich voll aus. Lesen Sie das Gesetz ganz genau und dann sehen Sie auch, woran Sie es erkennen. Hier nämlich an der Formulierung vor den Gerichten dieses Mitgliedstaats. Hier heißt es Artikel 4. Vorbehaltlich der Vorschriften dieser Verordnung sind Personen, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats haben, ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit vor den Gerichten dieses Mitgliedstaats zu verklagen. Das heißt, zwar ist hier der allgemeine Beklagtengerichtsstand an den Wohnsitz angeknüpft, es wird nicht das Wohnsitzgericht für zuständig erklärt, sondern die Gerichte des Mitgliedstaates, in dem der Wohnsitz liegt. Das heißt, der Artikel 4 knüpft lediglich an die intern oder regelt lediglich die internationale Zuständigkeit. Es werden lediglich die Gerichte des Mitgliedstaates, in dem der Wohnsitz liegt, für international zuständig erklärt. Die örtliche Zuständigkeit, die ergibt sich dann letztlich aus dem nationalen Zuständigkeitsrecht. Das heißt, wenn Sie in den Artikel 4 EuGVVO schauen und sich fragen, beispielsweise ist das Landgericht Bonn international zuständig und der Wohnsitz des Beklagten wäre beispielsweise in Köln, dann würden Sie sagen, okay, die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte ist jedenfalls gegeben, im Wohnsitz in Köln ist gegeben und dann müssten Sie aber das deutsche nationale Recht der örtlichen Zuständigkeit befragen, ist denn das Landgericht Bonn zuständig oder muss er nach Köln gehen? Und da würden Sie dann sagen, okay, da müssen Sie halt dann nach dem Wohnsitz gehen und würden das dann aufteilen, dann würde Bonn eben unzuständig sein. Das heißt, der Artikel 4 Absatz 1 EuGVVO regelt lediglich die internationale Zuständigkeit und Sie können das ganz einfach erkennen, indem Sie den Wortlaut ganz genau lesen. Vor den Gerichten dieses Mitgliedstaates heißt, alle Gerichte dieses Mitgliedstaates nicht ein konkret bestimmtes örtliches Gericht, sondern die Gerichte des Mitgliedstaates heißt eben nur Internationalzuständigkeit. Entsprechende Regelung haben Sie auch in Artikel 31 Absatz 1 CMR. Das CMR ist ein ganz wichtiges Übereinkommen für alle Streitigkeiten aus einer Beförderung von Gütern auf dem Landweg, das heißt LKW-Transport und sowas. Da gibt es eben ein internationales Übereinkommen, das entsprechende Regelung. Die haben auch eine Zuständigkeitsbestimmung, Artikel 31. Dort heißt es, wegen aller Streitigkeiten aus einer diesem Übereinkommen unterliegenden Beförderung kann der Kläger außer durch Vereinbarung der Parteien bestimmte Gerichte von Verstragsstaaten die Gerichte des Staates anrufen, auf dessen Gebiet der Beklagte seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Das heißt, da wird auch Bezug genommen auf die Gerichte dieses Staates und nicht auf ein konkretes Aufenthaltsgericht. Kommen wir zu Regelungen, die doppelfunktional, also sowohl die internationale als auch die örtliche Zuständigkeit, Regeln, sowas haben wir auch, sogar im Rahmen der EuGVVO, also Brüssel 1a-Verordnung. Da haben wir in Artikel 7 Nummer 1 Litera A, streichen Sie das große A durch, das muss ein kleines A sein, das ist nur die Großschreibung, die bei der Autokorrektur wieder angeht. Artikel 7 Nummer 1 Litera A EuGVVO spricht von dem Gericht des Ortes, an dem die Verpflichtung erfüllt worden ist, also der 7, da werden wir auch noch näher kennenlernen, ist ein besonderer Gerichtsstand des Erfüllungsortes und hier wird sozusagen aufgrund der besonderen Sachnähe an ein örtliches Gericht angeknüpft, nämlich eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitgebiet eines Mitgliedstaates hat, kann in einem anderen Mitgliedstaat verklagt werden, wenn ein Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag den Gegenstand des Verfahrens bilden vor dem Gericht des Ortes, an dem die Verpflichtung erfüllt worden ist oder zu erfüllen wäre. Das heißt, Sie sehen hier schon den Unterschied in der Formulierung, hier wird auf ein ein konkretes örtliches Gericht abgestellt, das heißt, der Artikel 7 Nummer 1 Litera A EuGVVO regelt sowohl die internationale als auch die örtliche Zuständigkeit, anders als der Artikel 4, hier wird nur auf die Gerichte dieses Mitgliedstaates, in dem der Wohnsitz liegt, abgestellt, sodass eben nur die internationale Zuständigkeit geregelt wird. In der ZPO haben wir entsprechende Regelungen, die auch doppelfunktional sind. Schauen Sie bitte mal in den Paragrafen 13 ZPO rein. Eigentlich beginnt er bei 12. In Titel 2 des Abschnitt 1 bei den allgemeinen Vorschriften der ZPO finden Sie also die Gerichtstände, und zwar die örtliche Zuständigkeit. Der allgemeine Gerichtstand in 12 heißt hier, das Gericht, bei dem eine Person ihren allgemeinen Gerichtstand hat, ist für alle gegen sie zu erhebenden Klagen zuständig, sofern nicht für eine Klage ein ausschließlicher Gerichtstand begründet ist. Paragrafen 13 Allgemeinen Gerichtstand des Wohnsitzes. Der allgemeine Gerichtstand einer Person wird durch den Wohnsitz bestimmt. Und diese Regelungen in Titel 2, das sind eigentlich nur Regelungen über die örtliche Zuständigkeit. Da wir aber in der deutschen ZPO keinerlei weitere Regelungen, außer ein paar Spezialregelungen, zur internationalen Zuständigkeit haben, hat die Rechtsprechung die Paragrafen 13 fortfolgende als doppelfunktional angesehen und somit in der Regelung der örtlichen Zuständigkeit auch gleichzeitig die Regelung der internationalen Zuständigkeit mitgesehen. Und hier entscheidende Fundstelle von BGH aus dem Jahre 2007. Hier heißt es, nach gefestigter Rechtsprechung des BGH ist die internationale Zuständigkeit in den Vorschriften der 12 fortfolgende ZPO über die örtliche Zuständigkeit mitgeregelt. Soweit danach ein deutsches Gericht zuständig ist, indiziert dies regelmäßig die internationale Zuständigkeit. Das heißt, wir haben doppelfunktionale Zuständigkeitsbestimmungen, die nicht nur die örtliche, sondern auch die internationale Zuständigkeit mitregeln. Ganz wichtig ist das Wörtchen indiziert, das ich hier rot und unterstrichen wiedergegeben habe. Warum ist das wichtig? Wir haben vorhin gesagt, der erste Spiegelstrich hier auf der Folie. Internationale Zuständigkeit und örtliche Zuständigkeit, das sind voneinander zu unterscheidende Prozessvoraussetzungen, die gesondert geprüft werden müssen. Wenn jetzt die Vorschrift über die örtliche Zuständigkeit gegeben ist, verweist sie deswegen nur auf das Vorliegen auch der internationalen Zuständigkeit. Es ist im Einzelfall immer noch zu prüfen, ob vielleicht nicht doch die internationale Zuständigkeit zu versagen ist. Das heißt, wir können aus dem Vorliegen der örtlichen Zuständigkeit lediglich ein Indiz sehen dafür, dass die internationale Zuständigkeit ebenfalls gegeben ist. Dann gibt es, wie wir es ja eben gesehen haben, allgemeine besondere exorbitante Gerichtstände. Allgemein und besonders haben Sie heute schon gelesen. Der Artikel 7, dieser Erfüllungsortsgerichtstand in der EuGVVO, den hatten wir als besonderen Gerichtstand bezeichnet. Den Artikel 4 oder auch den Paragraf 13 ZPO, die hatten wir als allgemeine Gerichtstände beschrieben. Was ist jetzt der Unterschied und was sind exorbitante Gerichtstände? Das wollen wir jetzt anschauen. Allgemeiner Gerichtstand ist grundsätzlich der Zentralpunkt, der Fixpunkt, an dem sozusagen alle Klagen anhängig gemacht werden. Und dieser allgemeine Gerichtstand, der ist personenbezogen auf den Beklagten. Es gilt da der lateinische Grundsatz oder römisch-rechtliche Grundsatzaktor, Das bedeutet letztlich, der Kläger muss sozusagen den Prozess so nehmen, wie er eben am Gerichtsort des Beklagten, Re ist also nicht die Sache, sondern von Reus, Reus der Angeklagte, vom Beklagten sozusagen den Ort, den Gerichtsort des Beklagten muss der Kläger nehmen. Warum? Weil der Kläger den Prozess letztlich veranlasst und der Beklagte letztlich keinen Einfluss darauf hat, ob der Kläger klagt oder nicht. Deswegen muss der Kläger, hat der Kläger ohnehin schon mal einen Vorteil, weil er sozusagen den Angriff initiiert. Und der Beklagte ist eben deswegen in der Regel schützenswert, nicht irgendwo verklagt zu werden, wo er es nicht vorhersehen kann. Und deswegen ist der allgemeine Gerichtstand am Beklagtenwohnsitz in der Regel. Das LG Karlsruhe hat das hier 1989 ganz eindrücklich dargelegt. Ich habe hier die Passagen aus einem PDF herauskopiert. Leider war es nicht wahnsinnig schön, um reinzukopieren, aber es geht doch klar eben hervor, was der Hintergrund des allgemeinen Beklagtengerichtsstands ist. Hier heißt es, das Gesetz legt die Last der Auswärtsprozessführung, wenn die Parteien an verschiedenen Orten ansässig sind, grundsätzlich dem Kläger auf. Diese Entscheidung beruht auf dem grundlegenden Rechtsprinzip, dass, wo immer bei der Rechtsdurchsetzung eine der Parteien notwendigerweise begünstigt bzw. benachteiligt werden muss, außer bei der örtlichen Gerichtszuständigkeit usw. usf., prinzipiell der Beklagte und nicht der Kläger zu begünstigen ist. Solange noch offen ist, wer im Recht ist, ist es eher hinzunehmen, wo unvermeidliche Schwierigkeiten, Kosten, Hindernisse und Feststellungen des Rechts gefährden oder vereiteln, dass der Kläger derjenige, der den Status quo verändern möchte, nicht zu seinem Recht kommt, als dass umgekehrt der auf Beklagtenseite einer, der nichts schuldet, zu Unrecht verklagt oder verurteilt wird. Das heißt, es ist einfach eine Interessenabwägung, die hier sozusagen das Prozessrecht trifft, das eben zugunsten des Beklagten ausfällt. Diese Interessenabwägung. Diese grundsätzliche zugunsten des Beklagten streitende Gerechtigkeitsabwägung gilt schon, wenn beide Parteien sich in gleicher Position gegenüberstehen. Tatsächlich ist es aber so, und darin findet der im Prozessrecht geltende Favor Defensiones eine umso stärkere Rechtfertigung, dass die Lage des Klägers im Prozess im Allgemeinen eine günstigere ist als die des Beklagten. Der Kläger als Angreifer kann den Rechtsstreit in Ruhe vorbereiten, er kann die Vorteile und Risiken des Prozesses abwägen und entscheiden, ob, wie und zu welchem Zeitpunkt geklagt wird. Demgegenüber wird der Beklagte mit dem Prozess überzogen zu einem Zeitpunkt, den er sich nicht aussuchen kann und muss sofort reagieren. Bei dieser Sachlage gebietet die prozessuale Waffengleichheit einen Ausgleich zugunsten des Beklagten, gerade auch in der Frage der örtlichen Gerichtszuständigkeit und so weiter und so fort. Also das heißt, Sie sehen hier ganz klar, was ist die Idee dahinter, dass wir einen allgemeinen Gerichtsstand personenbezogen auf den Beklagten gestalten. Die allgemeine Idee ist sozusagen die prozessuale Waffengleichheit, Zuständigkeitsgerechtigkeit. Wenn der Kläger den Vorteil des ersten Schusses hat, der hat den Aufschlag, der kann sich aussuchen, wann er klagt, zu welcher Zeit er klagt und der Beklagte muss sozusagen sofort reagieren. Der Kläger kann alles vorbereiten. Der hat sozusagen ein Plus an Hintergrundwissen, an Waffen in der Hand, bevor der Beklagte sich darauf einstellen kann, dass er überhaupt verklagt wird oder sich wehren muss. Wird er schon verklagt? Kann er schon verklagt werden? Und deswegen ist der Beklagte hier im konkreten Fall zu schützen. Das ist natürlich nur eine typisierte Interessenabwägung. Das kann natürlich auch im Einzelfall anders aussehen. Es kann natürlich auch so sein, dass der Beklagte ganz einfach derjenige ist, die besser gestellte Partei ist. Stellen Sie sich einen Unterhaltsprozess vor. Da kann es tatsächlich sein, wenn ein minderjähriges Kind beispielsweise Unterhalt einklagen möchte. Wir sind jetzt zwar im Verfahrensrecht, aber da lässt sich es ganz gut sehen. Wenn also ein minderjähriges Kind Unterhalt einklagen möchte, dann ist es sozusagen die schwächere Partei. Es hat in der Regel kein Geld, um sich herauszusuchen, wo verklage ich denn den Beklagten. Oder beispielsweise, wenn man grenzüberschreitenden Unterhaltsprozess ist, das kann sozusagen für den Unterhaltskläger, den Antragsteller, kann das nachteilig sein, wenn er im Ausland einen Prozess führen muss. Das heißt am Beklagtenwohnsitz, am Wohnsitz desjenigen, der den Unterhalt schuldet. Das heißt, es gibt Situationen, in denen man vom allgemeinen Gerichtsstand Ausnahmen macht. Ganz klar deswegen, um sozusagen Situationen zu kompensieren, in denen diese Typisierung der Interessenabwägung, die wir hier haben mit dem Aktor-Sequitur-Forum-Rei-Grundsatz, wo die eben nicht mehr passt. Also Sie merken sich, im Grundsatz ist es so, der allgemeinen Gerichtsstand ist personenbezogen hinsichtlich des Beklagten. Warum? Weil der Kläger grundsätzlich im Zivilprozess die besseren Karten hat, weil er selber entscheiden kann, wann initiiert er den Prozess, weil er selber sozusagen vor Prozessinitierung seine Beweismittel zusammentragen kann und so weiter. Und der Beklagte muss dann reagieren. Das ist der Grundsatz, warum wir uns sozusagen fokussieren auf den beklagten Gerichtsstand. Was ist die Funktion des allgemeinen Beklagtengerichtsstands? Haben Sie gesehen. Also Sie begünstigen sozusagen damit den typisiert Unterlegenen und ermöglichen ihm damit in seinem bekannten Rechtsbereich, an seinem Ort, dort wo er seinen Lebensmittelpunkt hat, dort sich zu verteidigen. Also er muss sich nicht auf ein anderes System einstellen. Deswegen knüpft der allgemeine Gerichtsstand auch meistens an den Wohnsitz des Beklagten oder den gewöhnlichen Aufenthalt oder aus dem angloamerikanischen Reich kommend ans Domicile. Oder im französischen Recht gibt es das auch, das Domicile eben entsprechend an. Das heißt, man möchte letztlich das Verfahren am Lebensmittelpunkt des Beklagten durchführen. Ganz einfach deswegen, weil der Beklagte dort sich nicht auf ein neues Verfahren einstellen muss, aber auch aus dem Grund, weil natürlich sozusagen das auch eine gewisse Sachnähe, Beweisnähe und so weiter und auch Vollstreckungsnähe mit sich bringt, weil der Beklagte, wenn er an seinem Lebensmittelpunkt tatsächlich lebt und Vermögen hat, beispielsweise Konten, beispielsweise Vermögenswerte, unbewegliches oder bewegliches Vermögen, dann kann auch, wenn der Prozess dort durchgeführt wird, das Urteil auch direkt dort in Vermögenswerte vollstreckt werden. Das heißt, ganz einfach, wenn Sie beispielsweise sich jetzt die Situation vorstellen, deutsches Unternehmen hat eine Forderung gegen ein französisches Unternehmen, dann macht es Sinn, dass diese Forderung in Frankreich eingeklagt wird. Warum? Weil in Frankreich das französische Unternehmen sitzt und dort die Vermögenswerte bestehen. Das heißt, wenn die Forderung, auch wenn sie tituliert ist, nicht beglichen wird, dann kann das deutsche Unternehmen in Frankreich eben direkt das französische Urteil vollstrecken. Und es ist immer leichter und kostengünstiger, wenn Sie ein nationales Urteil haben, das Sie auch im nationalen Recht vollstrecken, weil der Vollstreckungsbeamte, sei es Gerichtsvollzieher oder das Vollstreckungsgericht, sich keine Gedanken über die Anerkennung eines ausländischen Urteils machen muss. Es sind also keine komplexen Fragen, die damit sozusagen befasst sind, sondern inländische Vollstreckungsorgane vollstrecken natürlich auch inländische Gerichtsentscheidungen viel leichter als ausländische Titel. Das ist der Hintergrund, warum es auch Sinn macht, sozusagen am beklagten Gerichtsstand zu klagen. Es kann natürlich auch mal anders einhergehen, wenn wir beispielsweise einen abweichenden Gerichtsstand haben, wie beispielsweise einen Erfüllungsort. Das schauen wir uns jetzt an. Wir haben mit Artikel 7 Nummer 1 Litera A der EuGVVO auch schon einen besonderen Gerichtsstand kennengelernt, nämlich denjenigen des Erfüllungsortes. Das heißt, wir knüpfen nicht an an den Wohnsitz des Beklagten, derjenige, der die Verbindlichkeit zu erfüllen hat, in der Regel, sondern wir knüpfen an an den Ort, an dem die Verbindlichkeit erfüllt worden ist oder zu erfüllen gewesen wäre oder zu erfüllen wäre, wenn sie noch nicht erfüllt ist. Das heißt, wir schauen nicht auf den Beklagten, sondern wir schauen auf die Verbindlichkeit, auf den Erfüllungsort. Warum machen wir das? Wir machen das deswegen, weil dieser Erfüllungsort eine gewisse Sachnähe aufweist. Denn die Verbindlichkeit, die streitgegenständlich ist, die hat einen starken Bezug zu diesem Erfüllungsort, weil die Erfüllung eben dieser Verbindlichkeit in einem gewissen Staat lokalisiert werden kann. Und deswegen besteht zu diesem Gerichtsstand auch gewisse Sachnähe. Möglicherweise auch zu dem anwendbaren Recht, wenn das IPR eben entsprechend gleich läuft. Gut, was sind besondere Gerichtsstände jetzt? Besondere Gerichtsstände sind eben Gerichtsstände, die nur für bestimmte, also besondere Sachverhalte gelten. Und sie sind jetzt keine Lex Spezialis zum allgemeinen Gerichtsstand, sondern sie sind sozusagen zusätzliche Gerichtsstände, die neben den allgemeinen Gerichtsstand treten, also haben fakultative Natur. Der Kläger kann sich sozusagen aussuchen, wo er gerne klagen möchte, wenn eben mehrere Gerichtsstände vorliegen. Also entweder mehrere besondere oder eben der allgemeine und die besonderen Gerichtsstände. Es kann also durchaus sein, dass, wenn wir zurückgehen zu unserem Beispielsfall, deutsches Unternehmen klagt gegen französisches Unternehmen auf Erfüllung einer Verbindlichkeit und der Erfüllungsort wäre beispielsweise München, Wohnsitz des Beklagten aber in Frankreich. Dann wäre sowohl ein französisches, wären französischen Gerichte international zuständig, genauso wie die deutschen Gerichte international zuständig wären, weil der Artikel 7 Nummer 1 Literar A auf die deutsche internationale Zuständigkeit verweist und der Artikel 4 EuGVVO eben auf die französischen Gerichte international zuständig erklärt. Das heißt, hier können wir uns grundsätzlich dann als Kläger aussuchen, wo wir klagen. Im Gegenzug dazu kann natürlich auch der Beklagte, wenn er schlau ist, eine negative Feststellungsklage erheben, dann kann er genauso von diesen Gerichtsständen Gebrauch machen. Das ist prozestaktisches Agieren. Da können wir uns dann nachher noch dazu unterhalten, ob das rechtmäßig ist oder nicht. Gut, also besondere Gerichtsstände treten neben den allgemeinen Gerichtsstand und der Kläger kann also auswählen, welchen Gerichtsstand er wählen möchte. Einen besonderen Gerichtsstand haben wir schon kennengelernt, den Erfüllungsort. Das ist der Artikel 7 Nummer 1 Literar A. Dann gibt es noch im Deliktsrecht für deliktische Klagen gibt es den Artikel 7 Nummer 2 hinsichtlich der unerlaubten Handlung. Das ist das Tatortprinzip. Dort können Sie eben an den Tatortsgerichtsstand einklagen. Hintergrund ist wie gesagt die Sachnähe, die Beweisnähe und die Vollstreckungsnähe, weil eben die Verbindlichkeit an diesem Ort erfüllt worden wäre beziehungsweise für den Tatortgerichtsstand, weil die unerlaubte Handlung eben an einem gewissen Ort vorgenommen wurde, sodass die Beweisnähezeugen leichter zu erreichen sind und so weiter. Gut, dann kommen wir zum letzten Punkt, den wir in diesem Abschnitt, zum letzten Begriff, den wir in diesem Abschnitt noch kennenlernen wollen. Das sind die sogenannten Exorbitanten Gerichtsstände. Was sind jetzt exorbitante Gerichtsstände? Das sind Gerichtsstände, die es schon ausreichen lassen, dass ein Sachverhalt eine ganz, ganz geringe Inlandsberührung hat und dann schon ein Gerichtsstand begründet wird. Das heißt, alleine schon beispielsweise ein Aufenthalt an einem gewissen Ort oder Vermögenswerte im Inland. Das würde schon ausreichen, um die Zuständigkeit zu begründen. Jetzt sehe ich gerade, bevor wir weiterschreiten, im Chat eine Frage. Gibt es auch ein Wahlrecht des Gerichtsstands in der EuGVVO ähnlich wie in ZPO Paragraf 35? Jetzt schauen Sie mal rein in den Paragraf 35, vielleicht für alle, damit, weil es vielleicht nicht jeder schon den 35 gesehen hat. Wenn wir in den 35 reinschauen, dann steht dort, unter mehreren zuständigen Gerichten hat der Kläger die Wahl. Und eine solche Norm, die sagt uns ja für das nationale Recht, sowohl für die internationale als auch für die örtliche Zuständigkeit, lieber Kläger, wenn mehrere Gerichte zuständig sind, international oder örtlich, dann kannst du dir aussuchen, zu welchem Gericht du gehst. Und eine solche Norm, die finden wir nicht im europäischen Recht. Aber, sozusagen, also keine geschriebene Norm, aber der Grundsatz gilt trotzdem, besondere Gerichtsstände treten neben den allgemeinen Gerichtsstand und mehrere besondere Gerichtsstände bestehen auch nebeneinander. Das heißt, ich kann mir auch hier aussuchen, zu welchem Gericht ich gehe. Also das, was Paragraf 35 ZPO direkt formuliert, das gibt es in der EuGVVO nicht direkt, aber der gleiche Grundsatz gilt. Das heißt, auch in der EuGVVO kann ich selber mir den Gerichtsstand aussuchen, wenn ich mehrere zur Wahl habe. Kommen wir zurück zu den exorbitanten Gerichtsständen. Wir haben ja gesagt, exorbitante Gerichtsstände zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen sehr geringen Inlandsbezug ausreichen lassen, damit wir eine gerichtliche Zuständigkeit begründen. Warum ist das jetzt so besonders? Im Grundsatz ist es so, wenn Sie eine internationale Zuständigkeit begründen wollen, einen Gerichtsstand begründen wollen, dann erstrebt man immer mit diesem Gerichtsstand eine gewisse Sachnähe, irgendeine gewisse Rechtfertigung muss immer gegeben sein, dass wir die Zuständigkeit an einem gewissen Ort oder ein gewisses Merkmal anknüpfen. Und bei exorbitanten Gerichtsständen, da ist dieses Merkmal eben, oder diese Verbindung zu diesem Ort, die ist sehr schwach. Das heißt, ein sehr, sehr schwache Rechtfertigung für, oder ein sehr, sehr schwacher Bezug des Sachverhalts zum Inland besteht nur. Das heißt, die Rechtfertigung ist auch so ein bisschen schwierig. Und jetzt gibt es natürlich Staaten, die sehr weitreichende Gerichtsstände haben. Nämlich beispielsweise, wir haben zum Beispiel einen Vermögensgerichtsstand in 23 ZPO. Schauen Sie da vielleicht mal rein. Der 23 ZPO, der ist jetzt relativ moderat. Dort heißt es, für Klagen wegen vermögensrechtlicher Ansprüche gegen eine Person, die im Inland keinen Wohnsitz hat, ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk sich Vermögen derselben oder der mit der Klage in Anspruch genommenen Gegenstand befindet. Bei Forderungen gilt als der Ort, wo sich das Vermögen befindet, der Wohnsitz des Schuldners. Und wenn für die Forderung eine Sache zur Sicherheit haftet, auch der Ort, wo die Sache sich befindet. Also hier haben wir einen relativ weitreichenden Vermögensgerichtsstand für Personen, die nicht im Inland ihren Wohnsitz haben. Das heißt, da haben Sie die Möglichkeit, Ausländer sozusagen auch, wenn sie keinen Wohnsitzgerichtsstand haben, im Inland zu verklagen, weil sie Vermögen haben. Andere Staaten haben das auch. Beispielsweise Texas ist sehr beliebt, insbesondere bei Schadensersatzklagen oder Scheidungsverfahren. Da reicht auch der Belegenheit vor Vermögen, also ein Bankkonto reicht da aus, damit sie dort einen Gerichtsstand begründen und jemanden dort verklagen könnten. Ganz egal, ob der Sachverhalt irgendeinen Bezug zu diesem Staat hat oder nicht. Das heißt, exorbitante Gerichtsstände lassen einen sehr, sehr geringen Inlandsbezug ausreichen. Man zieht natürlich dadurch Verfahren an. Je weniger oder je geringer die Hürde ist, um eine Zuständigkeit zu begründen, desto eher werden die Leute dort auch hingehen. Warum sie das tun, das sehen wir gleich, wenn wir über das Forum Shopping reden. Gut, dann eine weitere Regelung, die einen exorbitanten Gerichtsstand vorsieht. Das ist der Artikel 14 Code Zivil, der eben hier, ich habe ihn wiedergegeben, der es eben hier ermöglicht, sozusagen oder für Franzosen ermöglicht, Personen in Frankreich zu verklagen, auch wenn diese Personen keinen Wohnsitz in Frankreich haben. Beispielsweise, wenn sie gegen einen Franzosen eine Forderung haben, dann kann der Franzose sie in Frankreich verklagen oder können sie in Frankreich verklagt werden. Es muss kein Franzose sein, der sie verklagt. Das heißt, ein sehr weitreichender Gerichtsstand. Weitere Beispiele für so einen exorbitanten Gerichtsstand wäre die Transient Rule im Common Law. Was bedeutet die? Die lässt es ausreichen, dass sie einen bloßen Aufenthalt haben in einem Staat, um einen Gerichtsstand zu begründen. Da reicht es aus, dass sie beispielsweise am Flughafen kurz umsteigen und ihnen dann der Gerichtsvollzieher die Klage in die Hand drückt, oder der Bote die Klage in die Hand drückt, damit sie dort einen Gerichtsstand begründen. Das heißt, wenn sie sich der englischen Gerichtsbarkeit beispielsweise entziehen wollen, dann sollten sie nicht mehr ins Inland reisen. Also wenn sie einen englischen Kläger haben, der sie möglicherweise drankriegen möchte und am besten ein Verfahren in England begründen möchte, dann tun sie sozusagen gut, nicht mehr ins Land zu kommen. Denn wenn sie ins Land kommen, der davon Wind kriegt, dass sie im Land sind und ihnen beispielsweise dann am Flughafen direkt die Klage zustellt, dann haben sie eine Zuständigkeit dort. Das ist natürlich autonomes Zivilprozessrecht. Im Verhältnis zu Deutschland gilt ja jetzt bis zum Wirksamwerden oder bis zum Ablauf der Übergangsfrist nach dem Brexit noch die EuGVVO fort. Da gilt diese Transit Rule nicht, weil die EuGVVO ein abschließendes Zuständigkeitssystem enthält. Und damit können sie sozusagen auch keine Zuständigkeit dann begründen, wenn sie sozusagen Deutscher sind beispielsweise im Wohnsitz im Mitgliedstaat haben. Gegenüber Drittstaatern geht das allerdings. Gut, das heißt, das sind exorbitante Gerichtsstände. Sie haben sozusagen kaum Inlandsbezug und das reicht aber trotzdem aus, um einen Gerichtsstand im Inland zu begründen. Was ist jetzt Hintergrund? Hintergrund ist natürlich, dass die Gerichte Verfahren natürlich anziehen wollen, weil sie natürlich gerne auch sozusagen ihre Anwaltsindustrie mit sozusagen grenzüberschreitenden Sachverhalten fördern wollen. Das heißt, je mehr Verfahren ins Inland kommen, desto besser verdienen die inländischen Anwälte, desto besser sprudeln auch die Steuern in dem Bereich. Darüber hinaus ist das Zweite so, dass sie natürlich Inländer damit übervorteilen. Das heißt, auch wenn ein Engländer im Ausland ist, auch ein Deutscher im Ausland, er kann bei dem Vermögensgerichtsstand beispielsweise im Inland klagen. Egal, ob er seinen Wohnsitz hat oder nicht hier im Inland. Das heißt, man bevorzugt eigentlich Inländer damit, indem man sozusagen exorbitante Gerichtsstände schafft. Und genau deswegen ist sozusagen wegen der weitreichenden Folgen für den Beklagten werden diese exorbitanten Gerichtsstände kritisch gesehen und deswegen sind sie eigentlich auf ein Minimum zu beschränken. Also deswegen haben wir im deutschen Recht auch nicht sehr viele exorbitante Gerichtsstände, 23 ZPO haben wir. Und deswegen wird das auch nicht gerne gesehen, wenn wir exorbitante Zuständigkeiten haben. Und auch im Anerkennungs- und Verstreckungsrecht generiert man natürlich damit keine Bereitschaft der Staaten, Urteile anzuerkennen, die von Gerichten erlassen worden sind, die ihre Zuständigkeit auf einen exorbitanten Gerichtsstand gestützt haben. Das ist natürlich immer eine Einzelfallfrage, aber man generiert natürlich jetzt nicht gerade Freude auf Seiten des Anerkennungsstaates. Kommen wir zu weiteren Begrifflichkeiten, nämlich den fakultativen und den ausschließlichen Gerichtsständen, die Sie aus dem nationalen Zivilprozessrecht schon kennen. Wir haben den 35 schon gesehen. Bei den fakultativen Gerichtsständen bestehen mehrere Gerichtsstände nebeneinander, zwischen denen Sie die Wahl haben. Also hier beispielsweise Kläger hat die Wahlmöglichkeit zwischen dem Gerichtsstand A und dem Gerichtsstand im Staat B. Das kann sich beispielsweise ergeben, indem im Gerichtsstand A zum Beispiel der Wohnsitz des Beklagten liegt, damit der allgemeine Beklagtengerichtsstand und beispielsweise im Gerichtsstand B der Erfüllungsortsgerichtsstand. Sowas ähnliches, was wir im Beispielsfall mit dem deutschen Unternehmen, das gegen das französische Unternehmen eine Klage, eine Leistungsklage erhebt, eben durchgespielt haben. Der 35 ZBO, den haben wir gesehen, Wahlmöglichkeit besteht auf Seiten des Klägers und genauso gilt es auch im europäischen Recht. Auch hier kann bei fakultativ nebeneinander bestehenden Gerichtsständen der Kläger frei wählen. Ausschließliche Gerichtsstände bedeuten letztlich demgegenüber eine Einschränkung. Ausschließlich heißt eben, dass ein Gericht an einem Ort eben ausschließlich zuständig ist für die Aburteilung eines Sachverhalts. Andere Gerichtsstände stehen eben dann nicht mehr zur Verfügung, sondern man möchte das Verfahren, Entschuldigung, jetzt habe ich zu weit gedrückt, man möchte das Verfahren an Ort der ausschließlichen Zuständigkeit konzentrieren. Warum? Weil eine besondere Sachnähe oder Vollstreckungsnähe vorliegt. Daher hören Sie meine Tochter, die gerade wahrscheinlich nicht ins Bett gehen will. Gehen wir jetzt mal auf den Artikel 24 Nummer 1 Euge VVO. Das ist so eine Vorschrift, die eine ausschließliche Zuständigkeit enthält. Hier heißt es, ohne Rücksicht auf den Wohnsitz der Parteien sind folgende Gerichte eines Mitgliedstaats ausschließlich zuständig. Erstens für Verfahren, welche dingliche Rechte an unbeweglichen Sachen, sowie die Miete oder Pacht von unbeweglichen Sachen zum Gegenstand haben, die Gerichte des Mitgliedstaats, in dem die unbewegliche Sache belegen ist. Das heißt, ausschließliche Zuständigkeit der Belegenheit einer Sache. Warum macht man das? Warum stellt man auf das Belegenheitsgericht ab? Ganz einfach deswegen, weil das eine gewisse Sachnähe und Vollstreckungsnähe aufweist, insbesondere bei unbeweglichen Vermögen, macht es Sinn, weil das Vollstreckungsrecht und das Grundbuchrecht und das Sachenrecht generell verzahnt sind in einem Rechtssystem. Da würde es wenig Sinn machen, dass man Vollstreckungsmaßnahmen aus dem Ausland trifft und die dann ins Inland inkorporieren muss. Das geht schon, dass man eine ausländische Vollstreckungsmaßnahme ins Inland transferiert, eine Substitution macht oder eine Anpassung macht. Das geht. Aber es ist kompliziert und viel leichter ist es, wenn man ohnehin schon aus dem einheitlichen, auf sich abgestimmten System heraus tituliert und dann auch vollstreckt. Und deswegen hat man eben die Erkenntnis, für das Erkenntnisverfahren die ausschließliche Zuständigkeit bei Vermögenswerten eben am Belegenheitsort, weil es einfach sachnäher und vollstreckungsnäher ist. Gut, diese Ausschließlichkeit des Gerichtsstands, die müssen Sie allerdings für die örtliche und die internationale Zuständigkeit immer gesondert feststellen. Wir haben ja schon gesagt, beides sind voneinander zu unterscheidende Prozessvoraussetzungen und deswegen muss auch die Ausschließlichkeit des Gerichtsstands entsprechend immer im Einzelfall festgestellt werden. Soviel zu den Begrifflichkeiten vorweg. Jetzt möchte ich ganz gerne mal blicken auf die Zuständigkeitsinteressen, denn wir haben ja gesagt, okay, so eine internationale Zuständigkeit bestimmt letztlich der Staat selbst. Der Staat selbst bestimmt, welche Gerichte international dann über einen Rechtsstreit entscheiden dürfen und ob, also oder ob die Gerichte entscheiden dürfen über ein Sachverhalt und das bestimmt im Grundsatz jeder Staat nach seinem Gutdünken im Rahmen seiner Gerichtsgewalt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist er da völlig frei, der Staat das zu entscheiden oder muss er gewisse Interessen berücksichtigen? Und jetzt gibt es gewisse Zuständigkeitsinteressen, nennt man das, die vom Staat natürlich zu berücksichtigen sind. Das heißt, das sind Regelungsinteressen, die die verschiedenen Beteiligten, deren Rechte berührt sind, eben haben und die muss natürlich der Staat berücksichtigen bei der Ausgestaltung des Zuständigkeitssystems. Das gilt letztlich aus der Gesetzesbindung des Grundgesetzes. In anderen Staaten gibt es Ähnliches. Sozusagen aus den Verfassungen gibt es natürlich die Gesetzesbindung und dann mit die Bindung an die verfahrensrechtlichen Grundrechte und diese Zuständigkeitsinteressen werden natürlich wieder gespiegelt in verfahrensrechtlichen Grundrechten und die wirken sich dann letztlich aus, im Einzelfall auf die Ausgestaltung des Zuständigkeitssystems. Und wenn wir jetzt mal reinschauen, welche Zuständigkeitsinteressen bestehen, was sind die Parteientressen? Parteientressen sind in erster Linie mal Gerichtsnähe. Das ist ganz klar. Jede Partei möchte ganz gerne einen Prozess anhängig machen bei dem Gericht, das bei ihr selbst in der Nähe ist. Keine Partei möchte gerne weit fahren, in einem fernen Land klagen. Warum nicht? Natürlich erstens, jeder hat seinen Anwalt oder jeder kennt sein eigenes Rechtssystem zu einem gewissen Grad. Keiner möchte sich mit einem ausländischen Anwalt, mit einem unbekannten Rechtssystem auseinandersetzen, möglicherweise auch noch in einer fremden Sprache einen Prozess führen. All das möchte man nicht. Warum? Erstens, weil es natürlich unsicher ist, wie der Prozess ausgeht. Wenn man ihn im Ausland führt. Zweitens natürlich, weil man deutlich höhere Kosten hat, indem man sozusagen Übersetzungen vornehmen muss, einen Dolmetscher braucht für die Verfahren und so weiter und so fort. All das zahlen ja letztlich die Parteien im konkreten Verfahren. Also wenn Sie als deutscher Staatsbürger, der hier einen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sich überlegen, Sie müssten beispielsweise, Sie hätten die Wahl vor deutschen Gerichten, ein Verfahren durchzuführen oder Sie würden in Amerika irgendwo verklagt werden, beispielsweise in Texas, wo Sie exorbitante Schadensersatzsummen möglicherweise erwarten müssen, wo Sie andere verfahrensrechtliche Maßnahmen haben, zum Beispiel eine Pre-Trial Discovery, die sehr weitreichend geht und Sie verpflichtet, sehr weitreichend Dokumente zur Verfügung zu stellen, unter Umständen auch Geschäftsgeheimnisse, die der Gegner abgreifen will, dann würden Sie eher sagen, naja, das mache ich lieber nicht, sondern ich würde lieber, viel lieber bei meinem eigenen Gericht, beispielsweise München oder in Bonn oder in Köln oder wo auch immer, in meinen Verfahren durchführen. Das heißt, Parteien haben grundsätzlich Interesse an Gerichtsnähe, an Nähe zur eigenen Rechtsberatung, an Nähe zum eigenen Rechtssystem. Das Problem dabei ist natürlich, dass jede Partei dieselben Interessen hat und dass natürlich die Parteien im Zivilprozess, der ja als kontradiktorisches Verfahren, das heißt als gegensätzliches Verfahren, als streitiges Verfahren ausgestaltet ist, bedingt, dass die Interessen der Parteien eben konträr sind. Das heißt, wenn Sie wieder unser Beispielsfall mit dem deutschen Unternehmen, das gegen ein französisches Unternehmen klagt, nehmen, das französische Unternehmen möchte den Prozess natürlich in Frankreich führen, das deutsche Unternehmen möchte den Prozess natürlich in Deutschland führen. Das sind konträre Interessen und die müssen in eine Balance gebracht werden. Weiteres Interesse der Parteien, Sach- und Beweisnähe natürlich, das spart auch Kosten und Zeit, wenn Sie beispielsweise einen Augenschein nehmen müssen, eine Sache, beispielsweise eine Mietwohnung in Augenschein nehmen müssen, dann ist es besser, Sie sind sozusagen in der Nähe der Mietwohnung, als dass Sie beispielsweise, wenn Sie eine Mietwohnung in Paris haben, dann gehen Sie besser vor das französische Gericht und behandeln die Sache dort, weil der französische Richter sich leichter tut mit der Beweisaufnahme in der französischen Wohnung, als es der deutsche Richter tun würde. Erstens müsste er nach Frankreich reisen, das sind Kosten. Zweitens müsste er dafür Hoheitsgewalt, nämlich eine Beweisaufnahme, im Ausland ausüben. Das ist problematisch, wie wir schon gelernt haben. Da brauchen wir dann sozusagen die Rechtshilfe oder die internationale Beweisregelung. All das ist komplex und kompliziert und deswegen sagt man sich eben auch bei so Mietstreitigkeiten eben, dass man an Ort der Belegenheit der Mietsache einen Gerichtsstand begründet. Das sind die Fragen. Weiter ist natürlich ganz wesentliches Parteiinteresse immer die Vorhersehbarkeit des zuständigen Gerichts. Und in Klammern habe ich Gesetz und des anwendbaren Rechts. Warum ich das gemacht habe, sehen wir gleich, weil das anwendbare Recht oft auch mit der Zuständigkeit zusammenhängt. Das sehen wir gleich noch. Okay, warum möchte ich gerne wissen, welches Gericht zuständig ist und warum möchte ich das gerne absehen können? Natürlich, weil ich meinen Vertrag oder meine Vertragsverhältnisse ganz anders gestalte, beispielsweise. Wenn ich weiß, welches Gericht zuständig ist, dann lassen sich nämlich auch die Kosten, die entstehen bei diesem zuständigen Gericht, die lassen sich abschätzen. Das heißt, wenn ich eine Gerichtsstandsvereinbarung habe, also in den meisten internationalen Verträgen habe ich Gerichtsstandsvereinbarungen drin. Wenn ich eine Gerichtsstandsvereinbarung zum deutschen Gerichten vereinbare, dann weiß ich auf jeden Fall, es gibt das GVG. Danach gibt es die Streitwertbestimmung, Gerichtskosten, dreieinhalb Gebühren. Das richtet sich immer nach dem GVG und da sind die Kosten für mich absehbar. Wenn ich jetzt ein ausländisches Gericht habe und ich weiß, welches Gericht zuständig ist, dann kann ich auch die Kosten nicht abschätzen, die mit dem Verfahren zusammenhängen. Beispielsweise, wenn jetzt in England beispielsweise ein Prozess geführt wird, das englische Recht kennt beispielsweise die Möglichkeit, No-Win-No-Fee-Agreements zu machen, wo sie sozusagen zulasten des Unterliegenden die eigenen Anwaltskosten, die exorbitant hoch sein können, der unterliegenden Partei auferlegen können. Also wenn Sie ein Erfolgshonorar vereinbaren mit Ihrem Anwalt, der gewinnt, dann trägt die Kosten die unterliegende Partei. Und das kann natürlich manchmal ganz exorbitant hoch sein und das kann dann quasi de facto ein prozessrechtlicher Vertrag zulasten Dritter sein. Und wenn Sie sowas nicht abschätzen können, dann macht das möglicherweise den Prozess sehr teuer oder hält Sie davon ab, gewisse Verträge entsprechend abzuschließen. Deswegen ist das ein Parteiinteresse immer an der Vorhersehbarkeit des zuständigen Gerichts. Die Vollstreckungsnähe ist natürlich auch nochmal so ein Punkt, das ist insbesondere beim Kläger gegeben. Manchmal hat der Beklagte dann eher das Interesse an Vollstreckungsferne, damit die Vollstreckung kritischer oder schwieriger wird für den Kläger. Das sind sozusagen die Zuständigkeitsinteressen der Parteien, die eben ausbalanciert werden müssen im Einzelfall. Was sind die Gerichtsinteressen? Auch das Gericht kann Interessen haben im Rahmen des Zuständigkeitssystems. Nämlich die Gerichte haben natürlich ein Interesse an Sach- und Beweisnähe. Warum? Weil Sie natürlich dann für das Verfahren ökonomischer und schneller abarbeiten können, wenn Sie sozusagen nicht erstmal ein internationales Rechtshilfeersuchen an einen ausländischen Staat für die nächsten drei Jahre abgeben müssen, bevor Sie überhaupt eine Antwort kriegen, zum Beispiel einer Beweisaufnahme. Das heißt, wenn Sie beweisnah sind, können Sie selber Beweis erheben und können dann Ihrer Rechtsprechungstätigkeit eben auch nachgehen. Auch die Sachnähe ist sinnvoll, denn wenn es ein sachfremdes Gericht ist, beispielsweise ein, ich mache jetzt mal ein fiktives Beispiel, ein Arbeitsgericht entscheidet über eine familienrechtliche Streitigkeit. Da wird der Arbeitsrechter auch im Strahl, Sie wissen schon, im Strahl kurzen, wenn er eben da die sachfremde Materie hat und sich dann erstmal einarbeiten muss. Das heißt, es soll ein sachnahes Gericht sein, das sozusagen auch sich in der Materie auskennt. Das ist jetzt ein überspitztes Beispiel gewesen, aber ganz deutlich sehen Sie es bei internationalen Handelsstreitigkeiten. Da ist es bei den Handelskammern eben besser, weil die Handelskammern sich im Handelsrecht, im internationalen Handelsrecht eben auskennen. Wenn Sie da zum Landgericht gehen und da in einer ganz normalen allgemeinen Kammer sitzen, der dann einmal eine internationale Handelsrechtssache kriegt und zwischendrin halt mal, zwischendrin dann hauptsächlich Kaufvertrags-, Mietrechtssachen macht und sonstige Sachen, dann haben Sie auch sozusagen einen Effizienzverlust. Also Gerichtsinteressen sind Sach- und Beweisnähe. In Klammern jetzt gesetzt die Anwendung des eigenen materiellen Rechts. Warum habe ich das in Klammern gesetzt? Weil die Anwendung des eigenen materiellen Rechts eigentlich kein echtes Gerichtsinteresse ist. Faktisch ist es das, weil die Richter natürlich lieber ihr eigenes Recht, in dem sie sich auskennen, anwenden, als dass sie ausländisches Recht heranziehen und nach ausländischem Recht urteilen müssen. Das IPR, also EGBGB und auch die Rom-Verordnungen, die schreiben dem Richter aber vor, dass er sozusagen ausländisches Recht anzuwenden hat. Und deswegen ist es kein eigenständiges, originäres Gerichtsinteresse, das eigene Recht anzuwenden, sondern ist es eben faktisch gesehen nur so, weil es die Qualität der Entscheidung fördert, weil der Richter sich auskennt. Es verkürzt die Verfahrensdauer, weil keine umfassenden Gutachten zum ausländischen Recht eingeholt werden müssen. Aber, und diese Praxis sieht man häufig eben, dass Gerichte eben aufgrund dieser Einfachheit der Anwendung des eigenen Rechts ein sogenanntes Heimwertstreben haben. Das heißt, sie versuchen, die Kollisionsregeln so zu beeinflussen, so auszulegen, dass sie eben zur Anwendbarkeit des nationalen Rechts kommen und dann eben drumherum kommen, das ausländische Recht anzuwenden. Und das ist sozusagen negativ zu sehen, weil das Kollisionsrecht uns ja den Anwendungsbefehl eines ausländischen Rechts eben auferlegt. Kommen wir zu Staatsinteressen. Was hat der Staat für Interessen beim Zuständigkeitssystem? Das ist eigentlich auch recht einleuchtend. Er möchte natürlich erst mal Rechtsfrieden schaffen durch sein Zivilprozessrecht. Er möchte effektiven Rechtsschutz gewährleisten. Das heißt, das haben wir auch gesehen schon bei der Grundrechtsbedeutung der Grundrechte für das IZPA, dass der Staat nicht nur das materielle Recht denken muss im Rahmen der Privatautonomie, sondern auch die prozessuale Durchsetzung der materiell-rechtlichen Regelungen. Das heißt, effektiver Rechtsschutz ist notwendig, um materielles Recht Privatautonomie durchsetzen zu können. Und der Staat hat natürlich das Interesse daran, die Partei Interessen auszugleichen. Ganz einfach deswegen, weil er natürlich grundrechtsverpflichtet ist und damit auch einen gerechten Ausgleich der beteiligten Interessen gewährleisten muss. Das heißt, bestimmte Personengruppen sind zu schützen. Beispielsweise der dumme Verbraucher, typisiert gesehen, der dumme Verbraucher, der wird geschützt durch besondere Gerichtsstandsregelungen. Werden wir sehen im Rahmen der EuGVVO, wie Verbraucher geschützt werden gegenüber anderen Käufern beispielsweise. Und dann gibt es noch eine Zahl von Ordnungsinteressen. Wir brauchen natürlich, oder was wollen wir mit dem internationalen Zivilverfahrensrecht schaffen? Wir wollen natürlich internationalen Entscheidungseinklang. Wir wollen wenig widersprüchliche Entscheidungen. Wir wollen nicht, dass ein und derselbe Sachverhalt beispielsweise vor einem französischen Gericht anders entschieden wird als vor einem deutschen Gericht. Das schaffen wir, indem wir eine gewisse Harmonisierung bekommen, was die Anknüpfungskriterien angeht. Natürlich, was die Zuständigkeit angeht sowieso, aber auch was das anwendbare Recht angeht. Und durch die Wahl international gebräuchlicher Kriterien, beispielsweise Anknüpfung an Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt oder Staatsangehörigkeit, anders als jetzt beispielsweise an die Anknüpfung an vielleicht, ja, was ist nicht, die Fingernagelfarbe oder was auch immer. Ja, auch überspitzt gesagt. Aber das heißt, wenn wir Anknüpfungskriterien wählen für die Zuständigkeitsbegründung oder die Anwendbarkeit von Recht, dann die international gebräuchlich sind, dann schaffen wir darüber natürlich eine größere Wahrscheinlichkeit, dass internationaler Entscheidungseinklang herrscht. Vielleicht nochmal die Frage in den Chat. Können Sie sich auch Zeit lassen, um das aufzuschreiben. Was bedeutet internationaler Entscheidungseinklang und was ist sozusagen das Gegenstück zum internationalen Entscheidungseinklang? Da gibt es auch einen Begriff, der auch mit I anfängt. Schreiben Sie es vielleicht in den Chat kurz rein. Gut, wir machen dann weiter mit der Verknüpfung von Zuständigkeit und anwendbarem Recht. Das hatte ich ja bereits erwähnt, dass wir da möglicherweise eine Verknüpfung haben. Wie beeinflusst sozusagen die Zuständigkeit das anwendbare Recht und wie sehr können Parteien beispielsweise durch eine Zuständigkeitsbeeinflussung das anwendbare Recht beeinflussen? Grundsätzlich ist es so, dass die Zuständigkeit einen ganz, ganz gehörigen Einfluss hat auf die Bestimmung des anwendbaren Rechts, denn der Forumstaat, der bestimmt auch immer gleichzeitig das anwendbare IPR, das anwendbare Kollisionsrecht, nachdem dann bestimmt wird, welches materielle Recht zur Anwendung kommt. Wir haben ja im Grundsatz so, dass wir Qualifikationsfragen, wie wir es sagen im IPR, immer danach bestimmen, nach der Lex Fori bestimmen. Das heißt, qualifiziert wird immer nach der Lex Fori. Und das zuständige Gericht oder das angerufene Gericht wendet zur Bestimmung des anwendbaren Rechts immer sein eigenes internationales Privatrecht an. Das kann natürlich sein, dass es harmonisiert ist wie im Bereich der Europäischen Union. Da haben wir dann sozusagen ein über mehrere Staaten hinweg vereinheitlichtes supranationales Kollisionsrecht, aber es kann auch mal ein rein nationales Kollisionsrecht sein. Das heißt, das angerufene Gericht bestimmt letztlich auch gleichzeitig das anwendbare Kollisionsrecht mit und damit auch die Bestimmungen oder die Wertentscheidungen des Gesetzgebers dahingehend, welches ausländische Recht denn zur Anwendung kommen soll. Beispiel im Abstammungsrecht haben wir den Artikel 19 EGBGB für die Bestimmung des internationalen Abstammungsrechts, des Abstammungsstatuts. Das heißt, die Frage, ob sie rechtlicher Elternteil ihrer Kinder oder umgekehrt, ob sie rechtliches Kind ihrer Eltern sind, das bestimmt sich in grenzüberschreitenden Sachverhalten nach Artikel 19 EGBGB und im Artikel 19 EGBGB gibt es drei Anknüpfungsvarianten. Erstens der gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes, zweitens die Staatsangehörigkeit des jeweiligen Elternteils oder drittens das Ehe-Wirkungsstatut der Mutter im Zeitpunkt der Geburt. Das sind die drei Varianten, die sie heranziehen können, alternativ. Ein anderer Staat macht das aber möglicherweise anders. Der knüpft vielleicht anders an, vielleicht nur an den gewöhnlichen Aufenthalt oder an den Geburtsort. Das heißt, aber die Frage, wie angeknüpft wird, das bestimmt immer das Kollisionsrecht, das IPA. Und indirekt wird das Kollisionsrecht natürlich immer vom angerufenen Gericht angewandt. Das angerufene Gericht wendet immer sein eigenes Kollisionsrecht an. Das heißt, wenn Sie das anwendbare Recht indirekt beeinflussen wollen, dann müssen Sie Einfluss auf die Zuständigkeit der Gerichte nehmen. Das heißt, wenn Sie ein Gericht anrufen, das zuständig ist, das aber ein Kollisionsrecht hat, das für Sie vorteilhaft ist, weil das anders anknüpft und Sie dann zu dem anwendbaren Recht kommen, das für Sie vorteilhaft ist im Ergebnis, dann müssen Sie dort Ihr Verfahren anhängig machen. Gehen Sie zu dem anderen zuständigen Gericht, das ein für Sie weniger günstiges Kollisionsrecht nutzt, dann sind Sie selber schuld. Das heißt aber auch, in grenzüberscheidenden Sachverhalten werden Beratungssituationen für Anwälte höchst komplex. Das heißt, Sie müssen, wenn Sie mehrere Gerichtsstände zur Auswahl haben und Sie nicht genau wissen, wo Sie klagen sollen, dann müssen Sie gleichzeitig das Kollisionsrecht mitdenken und sich überlegen, was kommt dann im Ergebnis raus, was ist für meinen Mandanten günstiger. Gehe ich zum Staat A oder zu Staat B, weil darauf aufbauend ja auch das Kollisionsrecht anknüpft und dann das materielle Recht bestimmt wird usw. In Europa, in innereuropäischen Sachverhalten, haben Sie es in der Regel einfach, weil Sie für zumindest vertragsrechtliche Streitigkeiten die RUM-1-Verordnung, für Außervertragliche die RUM-2-Verordnung haben, sodass Sie in der Regel ein einheitliches Kollisionsrecht haben. Also für Deutschland jedenfalls dasselbe Kollisionsrecht haben wie für Frankreich. So viel dazu. Also Forumstaat, der Forumstaat, der Staat des angerufenen Gerichts, der bestimmt auch mit über das Kollisionsrecht, weil der natürlich immer sein eigenes Kollisionsrecht zur Anwendung bringt. Beispiel wird in Deutschland eine Klage auf Herausgabe einer beweglichen Sache anhängig gemacht, bestimmt sich nach Artikel 43 EGBGB das auf die Eigentums- und Besitzverhältnisse anwendbare Recht eben nach dem 43 und dann eben entsprechend nach der Lex Resite, nach dem Recht, in dem die Sache belegen ist. Das heißt, das Sachenrecht, die Bestimmung des materiellen Sachenrechts wird durch das IPR bestimmt. Die Anwendung des IPRs ist geknüpft sozusagen an den Forumstaat. Der Forumstaat wendet natürlich sein eigenes IPR an. Teilweise gibt es auch Situationen, in denen die Gerichtliche Zuständigkeit mit dem anwendbaren Recht gleich läuft. Das kann auf zwei verschiedene Arten geschehen. Es kann entweder dadurch geschehen, dass die Zuständigkeitsbestimmung oder Bestimmung des anwendbaren Rechts sozusagen analog verweist auf die Zuständigkeitsbestimmungen beziehungsweise vice versa. Wie der Artikel 7 Absatz 1 EU-INSVO, also im Europäischen Insolvenzverfahrensrecht, Insolvenzrecht ist das so. Dort heißt es, soweit diese Verordnung nichts anderes bestimmt, gilt für das Insolvenzverfahren und seine Wirkungen das Insolvenzrecht des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet das Verfahren eröffnet wird. Das heißt, das materielle Insolvenzrecht richtet sich nach dem Staat, in dem das Insolvenzverfahren eröffnet wird. Das heißt, Forum und JUS laufen hier bewusst gleich. Warum ist das im Insolvenzverfahren so? Das Insolvenzverfahren ist ein Gesamtvollstreckungsverfahren und hier ist das materielle Recht auf das Verfahrensrecht in der Regel abgestimmt und um Friktionen zu vermeiden, die eben durch ein Auseinanderfallen von Verfahrensrecht und materiellem Recht zustande kommen können, beispielsweise durch gerichtliche Kompetenzen, die sich aber beschneiden mit Kompetenzen des Insolvenzverwalters, die aus einem anderen materiellen Recht kämen. Um sowas zu vermeiden, lässt man eben beides gleich laufen, weil Kompetenzen des Insolvenzverwalters mit Kompetenzen des Insolvenzgerichts gleich geschaltet sind. Es kann aber auch sozusagen Gleichlauf von Forum und JUS auf andere Weise zustande kommen, nämlich nicht so, dass man bewusst sozusagen das gleich schaltet in einer Norm, sondern dass man einfach den gleichen Anknüpfungspunkt wählt. Beispielsweise haben wir gerade in 43 EGBGB, dem IPR, den Anknüpfungspunkt an die Lex Resite, das heißt die Belegenheit der Sache, gesehen für das anwendbare Recht. Und wenn Sie jetzt mal in den 24 ZPO hineinschauen, dann heißt es dort, ausschließlich ein dinglicher Gerichtsstand für Klagen, durch die das Eigentum, eine dingliche Belastung oder die Freiheit von einer solchen geltend gemacht wird, für Grenzscheidungsteilungsbesitzklagen, ist, sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt, das Gericht ausschließlich zuständig, in dessen Bezirk die Sache belegen ist. Das heißt, auch der 24 ZPO knüpft an die Belegenheit an. Das heißt, hier wird über die Nutzung desselben Anknüpfungspunktes, Belegenheit der Sache, ein Gleichlauf von Zuständigkeit oder Verfahrensrecht und anwendbaren Materialrecht geschaffen. Gut, das heißt, wir brauchen dafür aber immer, also für diesen Gleichlauf brauchen wir eine Rechtfertigung. Wir brauchen im IPR, ja, wenn Sie diese Vorlesung noch nicht gehört haben, dann werden Sie es lernen, wenn Sie sie hören. Aber für die, die es schon gehört haben, die wissen es, für die Anknüpfung an ein bestimmtes Recht brauchen wir immer eine Rechtfertigung und diese Rechtfertigung, die folgt sozusagen aus dem Streben nach dem Auffinden der engsten Verbindung. Das heißt, wir wollen das örtlich angemessene Recht für einen Sachverhalt finden. Und im Zuständigkeitsrecht brauchen wir eben entsprechendes. Wir brauchen zwar nicht die engste Verbindung, sondern eine nahe Verbindung. die es rechtfertigt, dass ein Sachverhalt vor einem bestimmten Gericht international verhandelt wird oder entschieden wird. Und für diesen Gleichlauf von Zuständigkeit und JUS, also von anwendbarem Recht und von Verfahrensrecht zur Zuständigkeit, da brauchen wir auch wieder eine Begründung. Es reicht nicht, dass wir sagen, die deutschen Gerichte sind zuständig, weil auf einen Sachverhalt deutsches Recht Anwendung findet. Das reicht für diesen Nexus nicht aus, sondern wir brauchen für die Zuständigkeitsbegründung einen Inlandbezug, der sich anderweitig rechtfertigen lässt als durch die bloße Anwendung deutschen Materialrechts. Gut, jetzt kommen wir noch auf einen weiteren Punkt, der sehr bedeutsam ist und der auch zusammenhängt mit diesem Gleichlauf oder der Beeinflussung des Materialrechts durch das Zuständigkeitsrecht. Und das ist das sogenannte Forum Shopping. Das Forum Shopping wird bezeichnet grundsätzlich als die Wahl zwischen mehreren einschlägigen Gerichtsständen. Das heißt, das ist das, was der 35 ZPO beschreibt. Wenn Sie mehrere Gerichtsstände haben, die einschlägig sind, dann kann der Kläger wählen. Er kann sozusagen das Forum shoppen. Er kann sich aussuchen, zu welchem Gericht er geht und seine Klage anhängig macht. Als Forum Shopping im weiteren Sinne verstanden, begreift man aber auch die Beeinflussung der internationalen Zuständigkeit durch die Veränderung von Anknüpfungstatsachen. Das heißt, Forum Shopping heißt nicht nur Wahl zwischen mehreren einschlägigen Gerichtsständen, sondern heißt auch Beeinflussung der Anknüpfungstatsachen, um ein Gericht, das erst nicht zuständig war, zuständig zu machen. Also die Zuständigkeit von eigentlich unzuständigen Gerichten zu begründen. Und da sehen Sie schon, wo sozusagen der Haas im Pfeffer liegt, worauf das hinaus will. Das heißt beispielsweise, ich habe einen Gerichtsstand am Wohnsitz des Beklagten und dann wird, der Beklagte hat Angst, dass er in einem gewissen Gerichtsstand verklagt wird und dann verlegt er sozusagen seinen Wohnsitz, um eben nicht zum Beispiel vor deutschen Gerichten verklagt zu werden, sondern gezielt wieder in sein Heimatland, damit er eben außer Reichweite der deutschen Justiz ist und dann ist die Frage, geht der Kläger beispielsweise diesen Schritt? Also man kann sozusagen indirekt als Beklagter natürlich durch den Wegzug Zuständigkeitsbeeinflussung betreiben, man kann das aber auch aktiv beispielsweise als Kläger. Es gibt ja auch exorbitante oder besondere Gerichtsstände, die im Kläger günstig sind, beispielsweise im Unterhaltsrecht, kann man auch am eigenen Wohnsitz klagen, den kann man natürlich auch verlegen und so weiter. Im Insolvenzrecht war das Gang und Gebe, dass man Forum Shopping in der Insolvenz betrieben hat, da knüpft die Zuständigkeit des Insolvenzgerichts an den Center of Main Interest an, an den Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen. Und da werden wir jetzt gleich noch einen Beispielfall sehen, wo ein Unternehmen versucht hat, die Zuständigkeit eines anderen Gerichts international zu begründen, um ein anderes Insolvenzrecht zur Anwendung zu bringen. Denn Forum Shopping, das heißt die Auswahl eines anderen Gerichts hängt oft damit zusammen, dass eigentlich nicht das andere Verfahrensrecht erstrebt wird, sondern das andere materielle Recht, das damit zusammenhängt. Also nicht nur ein Forum Shopping, sondern ein Choice of Law Shopping, wie man es auch neudeutig nennt. Gut beschrieben wird es sozusagen, wo die Anreize liegen von einem, von Lord Denning, einem ehemaligen englischen Richter, hier derzeit am Court of Appeal, der ist später dann zum House of Lords aufgestiegen, also sehr bekannter Richter, der hat das so formuliert, as a moth is drawn to the light, so is a litigant drawn to the United States. If he can only get his case into their courts, he stands to win a fortune. Also abgestellt wird hier sozusagen auf das Forum Shopping, dass man, dass Kläger immer versuchen, irgendwie die Zuständigkeit der US-amerikanischen Gerichte zu begründen. Warum? Weil die US- das US-amerikanische Recht natürlich die Punitive Damages kennt und sozusagen aufgrund dieses Vermögensgerichtsstands war das sehr, sehr leicht möglich, wenn einer Vermögen hatte in den USA, dort die Verfahren anhängig zu machen und dann hat man sozusagen sein Verfahren gefochten, um reich zu werden. Und das heißt, das beschreibt ganz gut, warum man Forum Shopping die Unterschiede in den einzelnen Rechtsordnungen, die Unterschiede, verfahrensrechtliche Möglichkeiten, zum Beispiel Pre-Trial Discovery oder materiell-rechtliche Unterschiede, Punitive Damages, also Strafschadensersatz, ja oder nein, die geben Anreize für Parteien, um Forum zu shoppen, um Gerichtsstandsbeeinflussungen vorzunehmen, um die Zuständigkeit ausländischer Gerichte zu begründen. Und jetzt ist die Frage, warum ist das kritisch zu sehen, ist es nicht kritisch zu sehen? Grundsätzlich ist Forum Shopping jetzt mal nicht schlecht. Also die Wahlmöglichkeit wird ja vom Gesetzgeber gelassen, der Gesetzgeber knüpft an den gewöhnlichen Aufenthalt an, das ist also kein Problem, auch den gewöhnlichen Aufenthalt zu verlegen, ist ja erkennbar und dann kann man auch die Zuständigkeit eines anderen Gerichts begründen. Oder wenn man die Wahl zwischen zwei einschlägigen Gerichtsständen hat, dann darf man ja auch wählen, sagt ja der 35 direkt. Also Forum Shopping ist per se nicht schlecht. Trotzdem ist es so, dass wir bei Forum Shopping natürlich immer konträre Parteiinteressen haben. Der Beklagte findet Forum Shopping nicht toll, weil er sich nicht darauf einstellen kann. Kann er sich darauf einstellen, ist es okay. Also wenn er weiß, er wird jetzt in einem anderen Gerichtsstand verklagt, ist es okay. Aber wenn er sich nicht darauf einstellen kann, dann wird er sagen, Entschuldigung, ist zu meinem Nachteil, möchte ich nicht. Und diese Zuständigkeitsinteressen, diese Interessen des Beklagten bei Forum Shopping, die oder des Beklagten bei der Zuständigkeit, die werden sozusagen gefährdet, die Zuständigkeitsinteressen des Beklagten werden gefährdet durch Forum Shopping. Warum? Weil natürlich der Kläger in erster Linie die Gestaltungsmöglichkeiten hat. Er selber kann sozusagen auswählen, wo er klagt und er selber kann Zuständigkeitsanknüpfungspunkte so verändern, dass er einen Gerichtsstand schafft, der vorher gar nicht absehbar war. Er hat also einen Startvorteil. Und dieser Startvorteil, den kann er zu seinem Vorteil nutzen und möglicherweise geht das eben zulasten der nicht zur Gestaltung befähigten Partei, richtig den Beklagten, dann aus. Und das ist sozusagen vor dem Hintergrund der Zuständigkeitsgerechtigkeit zumindest bedenklich. Also man muss sozusagen darauf achten, dass die Zuständigkeitsinteressen des Beklagten gewahrt sind. Es gibt zwei Beispiele, die ich kurz noch vor Schluss nennen möchte, die sehr einleuchtend sind. Das ist ein BGH-Beschluss zu einer grenzüberschreitenden Firmenbestattung. Hier war es gang und gäbe, GmbHs in Spanien zu bestatten, sprich zulasten der Gläubiger hat man da sozusagen betrügerisch einen Geschäftsführer eingesetzt. Einen Spanischen hat also alle hauptsächlich Interessengeschäftsleitung, Head Office Functions nach Spanien transferiert auf einen dubiosen Geschäftsmann, der dann irgendwie sozusagen untergetaucht ist. Und damit war spanisches Insolvenzrecht eben zur Anwendung gebracht, weil der Center of Main Interest der ursprünglich deutschen GmbH plötzlich in Spanien lag. Das Ganze funktionierte dann mit der Niederlassungsfreiheitsrechtsprechung, hatten wir schon mal bei der Parteifähigkeit kurz angerissen, dass wir da Herkunftslandsprinzip haben. Das heißt, die deutsche GmbH bleibt eine deutsche GmbH. Gesellschaftsrechtlich, auch wenn sie in Spanien ihre Head Office Functions betreibt, die Spanier müssen das akzeptieren. Aber für das Insolvenzrecht gilt eben der tatsächliche Mittelpunkt, wo die Gesellschaft tätig wird. Und das war dann Spanien. Und da wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Und die deutschen Gläubiger haben dann alle ins Leere sozusagen gegriffen, weil die natürlich am spanischen Insolvenzverfahren nicht teilnehmen konnten oder viele jedenfalls nicht. Gut, ein anderes Beispiel war ein großer Fall Hans Brochier Holdings. Brochier ist sozusagen ein Unternehmen, das hier Metallverarbeitung macht, alle möglichen Industrieanlagen baut. Und die saßen grundsätzlich in Nürnberg, hatten dann aber wirtschaftliche Probleme und haben ihre Head Office nach London verlegt auf eine Briefkastengesellschaft, die sogenannte Hans Brochier Holdings. Und dort wurde dann in London ein Insolvenzverfahren eröffnet. Warum in London? Weil das englische Insolvenzrecht eben schuldnerfreundlicher ist. Es lässt sozusagen den Managern, die sozusagen das Unternehmen eh schon gegen die Wand gefahren haben, lässt es sozusagen weiterhin Handlungsmöglichkeit. Die können dann weiterhin im Sattel bleiben und ihr Unternehmen weiterführen. Es gibt auch Möglichkeiten für einen Schuldenschnitt mit Mehrheitsbeschluss. Im deutschen Recht ist das deutlich regierter, also man wollte sozusagen das schuldnergünstige englische Insolvenzrecht zur Anwendung bringen. Und 45 Minuten, nachdem in England eben dieses Insolvenzverfahren eröffnet worden ist, hat der deutsche Insolvenzverwalter, das deutsche Insolvenzgericht ebenfalls ein Insolvenzverfahren eröffnet. Auf Betreiben der Gläubiger, der Inlandsgläubiger und auf Betreiben der Arbeitnehmer, die natürlich auch eben Gläubiger des Unternehmens waren, wegen Lohnforderungen. Und hier war jetzt dann sozusagen ein Justizkonflikt. Man hat versucht eben, also die Firmenleitung hatte versucht, die Zuständigkeit des Insolvenzgerichts von Deutschland nach England zu verlegen, um die englischen Gerichte dafür zuständig zu erklären und um sozusagen eine leichtere Möglichkeit für einen Schuldenschnitt zu haben. Und die deutschen Gläubiger haben natürlich versucht, das Verfahren in Deutschland zu halten und so ist es im Endeffekt auch ausgegangen. Also es war klar, dass das hier missbräuchliche Zuständigkeitsgestaltung war, missbräuchliches Forum-Shoppen. Das war auch sozusagen eher ein Betrug. Also von Seiten der Broschee, es ging nicht tatsächlich, es wurden nicht tatsächlich die Head-Office-Functions verlegt, sondern es wurde im Wesentlichen vorgespiegelt, dass das Management plötzlich aus England agiert. Es wurde tatsächlich aber noch weiterhin aus Nürnberg entschieden. Und somit hat das englische Gericht, der englische High Court gesagt, okay, er ist nicht zuständig und das deutsche Verfahren konnte ablaufen. Aber hier sehen Sie sozusagen, wie solche Methoden funktionieren. Gut, jetzt sind wir schon am Ende der Zeit. Wir haben jetzt hier noch einige Abwehrmaßnahmen zu Forum-Shopping. Das möchte ich vielleicht ganz kurz noch mit Ihnen durchgehen. Wir werden das im Einzelnen dann nochmal besprechen, wenn wir bei den zuständigkeitsrelevanten Punkten sind, wenn wir in die EuGVVO detailliert durchnehmen. Die Frage ist, wie kann ich Forum-Shopping verhindern, wenn das Forum-Shopping ungewollt ist? Jetzt gibt es da drei Kriterien, die ich heranziehen kann. Die ersten beiden sind Kriterien aus dem Common-Law-Bereich, die aber, so sehen Sie die EuGH- Entscheidungen im deutschen, im europäischen Recht nicht funktionieren, weil sie mit dem europäischen Zuständigkeitssystem nicht vereinbar sind, weil das europäische Zuständigkeitssystem abschließend ist. Was besagen beide Regelungen? Sie sind auch untereinander verwoben. Die Forum-Non-Convenience-Lehre sagt, ich nehme als englisches Gericht meine Zuständigkeit an oder ich lehne sie ab, wenn ich nicht das angemessene Gericht bin, um einen Sachverhalt zu entscheiden. Und dann gibt es gewisse weichere Kriterien, die in der, in der, im Case-Law des englischen Rechtssystems entwickelt wurden, die eben heranzuziehen sind, ob das englische Gericht Appropriate Forum ist, um einen Sachverhalt abzuurteilen oder nicht. Und dieses bewegliche Zuständigkeitssystem ist natürlich schön beweglich, man kann auf den Einzelfall eingehen, es ist aber nicht vorhersehbar und deswegen ist es auch im europäischen Zivilprozessrecht nicht heranzuziehen. Man kann also nicht die Zuständigkeit, die nach der europäischen, nach der EuGVVO gegeben wäre, verneinen mit dem Argument Forum-Non-Convenience. Das geht nicht, weil es sozusagen eine abschließende Regelung enthält, die EuGVVO. Und diese Anti-Suit-Injunctions, die knüpfen sozusagen auch an diese Lehre vom Appropriate Forum an, denn wenn wir beispielsweise eine ausschließliche Gerichtsstandsvereinbarung haben, so wie in der Entscheidung West Tankers, und dann klagt eine Partei einfach entgegen dieser Gerichtsstandsvereinbarung bei einem anderen Gericht, dann gibt es die Möglichkeit im englischen Recht, eine einstweilige Verfügung zu erlassen, die sogenannte Anti-Suit-Injunction, die sozusagen dem Kläger des Prozesses, der also entgegen der Gerichtsstandsvereinbarung geklagt hat, die diesem Kläger verbietet, das Verfahren in diesem Gerichtsstaat zu betreiben. Das heißt, die englischen Gerichte können Anti-Suit-Injunctions erlassen und beispielsweise deutschen Klägern verbieten, vor deutschen Gerichten einen Prozess zu führen. Das verstößt auch gegen das europäische Zuständigkeitssystem, so entschieden vom EuGH in der Entscheidung in der Rechtssache West Tankers, wird trotzdem noch gemacht, außerhalb des europäischen Zuständigkeitssystems, insbesondere mit den USA. Und es gibt es neuerdings die Praxis von sogenannten Anti-Anti-Suit-Injunctions. Wenn Sie sich da näher dafür interessieren, dann lesen Sie doch einfach mal den Blogpost auf der EAPIL-Webseite, die ich hier verlinkt habe, von Matthias Lehmann, unserem Institutskollegen hier in Bonn, der das sehr anschaulich beschreibt, was da passiert. Und die dritte Möglichkeit, die Zuständigkeit zu versagen und damit Forum Shopping zu verhindern, ist sozusagen sich für wesenseigen unzuständig zu erklären. Das ist sehr restriktiv zu handhaben und wird eigentlich lediglich dann verwandt, wenn ein ausländischer Staat hoheitsrechtliche Forderungen geltend macht, also irgendwelche Gebühren einklagt, die er aus hoheitslichen Maßnahmen hat und dafür die deutschen Zivilgerichte missbraucht, in Anführungszeichen. Da können sich dann die Zivilgerichte für unzuständig erklären. Ist aber sehr restriktiv gehandhabt. Gut, und jetzt werden wir uns dann beim nächsten Mal, nächste Woche, also anschauen, wie wir die internationale Zuständigkeit bestimmen, welche Regelungen hier geltend und wie Sie hier schon sehen, wo der Pfeil gerade aufgeleuchtet hat. Hier gibt es eine Vielzahl von Zuständigkeitsbestimmungen, die wir heranziehen können. Und wir befassen uns in erster Linie einmal mit der EUGVVO. Das ist die Europäische Gerichtsstands- und Vollstreckungsverordnung, also die Brüssel 1a-Verordnung jetzt. Und dann gibt es noch staatsvertragliches Zuständigkeitsrecht und auch autonomes Zuständigkeitsrecht. Das machen wir dann in einer Sammeleinheit, weil das nicht so wichtig ist wie die EUGVVO. Die EUGVVO, da legen wir unseren Schwerpunkt drauf. Gut, dann danke ich jetzt für die Aufmerksamkeit, entschuldige mich nochmal für die fünfminütige Verspätung. Was haben wir heute nochmal gemacht? Begrifflichkeiten uns angeschaut, Zuständigkeitsinteressen uns angeschaut, Forum Shopping, Forum Non-Convenience, Anti-Suit-Injunctions, wesenseigene Unzuständigkeit uns betrachtet. Das heißt, das sind die Punkte, die Sie mitnehmen müssen, vorbereitend jetzt auf die lange Einheit zu den Zuständigkeitsbestimmungen. Damit sind wir am Ende der Einheit. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Nochmal sorry für die fünfminütige Überziehung. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Genießen Sie ihn und machen Sie nicht mehr zu viel und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche in voller Stärke wieder hier an diesem Ort. Dankeschön und schönen Abend.